Ich bin Ackerbauer, dafür braucht man jede Menge Maschinen und die zeige ich euch heute. Meine neue Sämaschine, Fronthacke, größte Maschine auf dem Hof, der Mähdrescher, Heuwänder, Kalkstreuer, Granulatstreuer, Striegelwalze, Anhänger Nummer 1, Anhänger Nummer 2, Anhänger Nummer 3, Anhänger Nummer 4, Anhänger Nummer 5, Anhänger Nummer 6, Traktor Nummer 1, Traktor Nummer 2, Traktor Nummer 3, Striegel, Einzelkorn-Sämaschine, Mulcher, Düngerstreuer, Pflanzenschutzspritze, Federzinkengrubber, 3 Balkengrubber, das sind ja ganz schön viele Maschinen, welche davon wollt ihr genauer sehen? Schreibt es mir in die Kommentare.